Und willkommen zurück bei den Mainzelmännchen. Ja, wollen wir mal gucken. Ey! Wollen wir mal gucken, wie wir jetzt da rüberkommen. Sollte doch gelacht sein. Doch nicht so viel gelacht. Ah, hier geht's. Haben wir da so eine Idee, wie es gehen soll, wahrscheinlich. Ja, das sah gut aus. So. Hallo! Hab dich! Großer Künstler, du. So, wir mal gucken, ob die beiden reichen. Warum sind wir überhaupt erst hier reingegangen? Warum sind wir überhaupt erst hier reingegangen, wenn das eh eine Sackgasse ist? Genau. Kommt her, die beiden. So, pass da auf. Machen das jetzt im... Nein? Komm mit. Machen das jetzt im Duo. Erst du? Alle, hopp. Und dann du. Alle, hopp. Hopp. Du musst schwerer als der andere. Du musst abnehmen. Alle, hopp. Achso, ich muss auch noch da ran. Alles klar. Nochmal. Also, erst du. Der Dicke kommt zuerst. Alle, hopp. Und alle, hopp. Und... Na, ich komme jetzt auf. Ey! Kein Scheißer hier. Alle. Ja, das hast du jetzt davon. So, nochmal. Also. Alle, hopp. Und... Alle, hopp. Und... Alle, hopp. Also, irgendwie, ähm... Nochmal, ali, hopp. Eins. Zwei. Zwei. Äh, ich glaube, das muss ich irgendwie... Wenn ich ziehe jemanden... Ey! Oh, Dicke, du. Komm mal runter, da. Wenn du draufstehst, kann ich das Ding nicht ziehen. So. Deine andere Idee. So. Und... Und alle, hopp. Und alle, hopp. Ne, das geht auch... Hey! War ich vielleicht doch einen dritten, oder? Weil hier liegt... Genau, hier müssen ja noch... Einer muss noch... Ah, hier ist er doch, der dritte. Ich muss auch gerade sagen. Da sind sofort zwei rausgekommen. Genau. Einmal knuddeln. Ist wie Pokémon fangen. Nur ohne Bälle. Und alle, hopp. Und alle, hopp. Und alle, hopp. Ach, jetzt weiß ich auch, wozu die Kiste gut ist. Alle, hopp. Wir kommen jetzt runter. Und dann. So. So. Bleibt nur noch die Frage. Ach, ich weiß. Die drei sollten nach unten, oder? Das hier ist das große Geheimnis. Na, dann kommt mal. Ich schmeiß euch, genau. Ja, ja, genau. Du zeigst, ja, genau. Komm her, weil du so schön zeigst, dass du zuerst... Alle, hopp. Und... Ups. Und alle, hopp. Oh. Du bist nicht so weit geflogen, wie gedacht. Alle, hopp. Und... Alle, hopp. Da waren wir wieder noch unten. Ding. Folgt mir, ihr kleinen Wichtelmänner. Da, ich muss... Einer von euch muss da oben mal die Tür da aufmachen. Alle, hopp. Kommst du auf? Ja, bisher geht das, dieser DLC. Bis auf dieser Böhle Hausmeister ist das ja... recht niedlich bisher. Komm, du auf. Nicht hier rumspielen. Komm. Muss arbeiten gehen. So, jetzt bewegt sich das drüber. Ja. Ach, doch, guck, der Druck steigt. Das ist doch nicht genug. Das müssen wir wahrscheinlich doch hier kommen. Na, komm. Jetzt die Frage ist, ob sich hier drinnen was verändert. Ihr besorgt, dass auch zwei Kohlestücke liegen. Nichts. Wir brauchen nichts aufgegangen, oder? Na gut. Dann... Ist die Frage... Können wir uns da drinnen? Aha! Das scheint aber, dass der Schnellweg läuft, sozusagen. Bleibt die Frage, warum ist da ein schneller Weg nach unten? Das macht mir wieder Angst. Aber gut. Noch eine Etage höher. Da kann man doch noch so ein Lichtlein in der Ecke blitzen sehen. Die Frage, wie wir da hinkommen. Die Steuerung ist ein bisschen undankbar teilweise. Na, komm. Nur nicht hängenbleiben. Das wäre doof. Naja, dass hier der Boden knarzt, macht mich auch nicht gerade glücklich. Da komm ich nicht dran. Da komm ich dran. Tja. Das ist die Frage. Was ist hier? Da drüben sehe ich so... Was für ein Lichtlein steht da noch? Aha! Da! Da ist was! Da! Kommen wir da jetzt weiter? Ja. Wie kommen wir da weiter? Aha! Oh, noch eine Ratte. Ach du Schande. Was will der denn immer hier? Hat der kein Zuhause? Aber er hat uns die Tür aufgemacht. Da hat er... Na, toll. Gut, dass wir jetzt noch die Taschen benutzen. Hier scheint es nach oben zu gehen. Tja, Licht ist da oben. Wo man überhaupt nicht knarrt, ist wieder... Macht der Puppen oder was? Der Puppen macht ja auch noch. Ein bisschen Schalter, Kreissägenschalter. Da ist was, was ganz laut quietscht. Hat das noch so einen Affe? Kommt der auch noch hier hinterher? Wo will denn der hin? Da sind so Puppenköpfe. Ne, doch nicht. Verdammt. Wird hier wieder hin? Ist da ein Loch drinnen? Moment, ist das ein Loch? Ne, ist kein Loch. Tja, jetzt geht er wieder zurück. Na nun, haben wir ihn gepackt? Wird so aus. Dann bin ich doch mal so frei drüber in den Schalter. . Na. Irgendwann, da wach nichts. Ist, der hat sich wieder hinpackt. Nein. Scheiße, der hat sich wieder hinpackt. Ah, okay. Er hat uns in die Irre geführt. Na gut. Nächster Versuch. Ich glaube, wir brauchen diesen blöden Teddy dahinten. Kommt, du. Ah, da. Wenn wir das schnell genug aufkriegen. Ich meine, die Säge da hinten macht nix. Ach, wir könnten da oben. Aber. Ach, weil der Schalter da oben noch fehlt. Aha, aha, aha. Ja, gut, okay. Ja, probieren's mal. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Ablenkung brauche oder nicht. Wir können das Ding nur drehen. Wenn die Kreissäge läuft. Ich weiß nicht, ob es lustregiert wird. Wenn sie es nicht verwendet wird. Ich weiß nicht, ob ich es nicht verwendet wird. Ich weiß nicht, ob ich's nicht verwendet wird. Schafft! Was ein Wahnsinns-Stunt! Okay. Aber geschafft ist geschafft. Ah, sind wir jetzt... Jetzt sind wir... Hier soll die Lore nachher lang, oder? Da oben hängt die Lore. Ja, ich glaube... Da ist die Tür zu. So kriegen wir die Lore da rein. Da mehr Kode drauf. Ja, ich will langsam... Da gibt sich, glaube ich, ein Bild. Ist der da oben? Ist der in einem Glas? Der ist in einem Glas! Kann ich den Hammer nehmen? Nee. Tja... Ich würde sagen, hier lang, oder? Aber... Ja, auf jeden Fall lang. Aber wie komme ich da erstmal so weit hoch? Ist hier auch ein Stuhl oder so? Nee. Kann ich da nicht machen. Die Kiste können wir dann sicher nicht bewegen. Können wir hier unten vielleicht eine Kiste rausziehen? Können wir hier vielleicht... Warte mal, können wir die Kiste rausziehen? Nee, auch nicht. Und da komme ich noch nicht dran, nicht wahr? Ah... Hm... Na, komm. Komm. Na, Kutcher. Die Steuerung ist manchmal... Na, jetzt. Ja. Ja. Hüpf. Hüpf. Ah, wir können ihn vormachen. Haha. Nein, 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 nein. Hier bin ich hier geblieben. Hier geblieben. Brauch dich doch noch, Mensch. Oder was immer du bist. Und zwar musstest du mir mal die Leiter da runterholen. Ah, weißt du, wie es geht? Ich schmeiße dich da hoch und höre sich da leider fest. Und... Alli, hopp. Genau. Sehr gut. Dann... Halt, mal da durch. Ach, ich geh mal noch durch. Moment. Gehen wir erstmal in die Richtung. Es ist wieder stockdunkel. Kommt hier gleich wieder der Hausmeister um die Ecke gekrochen. Hier ist auch eine Ablenkung. Ist das andere da? Ja. Die kann ich... Die kann ich nicht aufheben, aber das ist ein Schalter. Moment. Aha. Meine Auge. Ah, das ist da sein Verpacktisch. Interessant. Ganz klar. Oh, da geht's wieder zu. Nochmal. Etwas anderes? Nee, nee, das ist ein Verpacktisch. Okay. Oh, hier hat wieder einer gemalt. Tja, ich sehe jetzt gerade nicht, was hier... Meinen sollte. Wo ist das hier unten? Tja, dann würde ich mal sagen, wir versuchen es mal. Jawoll. Und hepp. Hui. Ah. Was? Jetzt kommt die ganze Lose da hoch. Oh nein. Ich glaube jetzt kommen wir da hoch rüber. Weil wenn ich glaube ich springe, bricht es sich das Genick. So. Jetzt gehen wir da. Okay, das bringt erstmal gar nichts. Jetzt... Die Frage... Moment. Was ist denn wichtig? Da geht das... Ah, nee, hopp. Nee. Da muss ich... Wie komme ich denn da hin? Moment. Auch nicht. Das müssen wir uns jetzt mal genauer an... Wie kann ich schreckig riechen? Ich bin aber bloß so eine blöde Puppe. Ja, irgendwo noch. Hier. Oh, nichts, oder? Dann gehe ich jetzt nochmal hergucken. Oh, quit. Tja... das ist schon mal da, wir gucken mal hier vorne, ob ich da was nicht mehr sehen boden gemalt tja, aber irgendwie nicht, nehmen wir den Schuh mit das ist eine gute Frage, ich glaube irgendwie müssen wir da unten weiter was macht er denn hier, er kann sich nicht entscheiden äh, nee oh, wartet mal, ich hab die Idee, boah, jetzt wäre ich so weit runtergefallen, äh, ich hab die Idee, ich hab da, nein diese Steuerung ist, ah, jetzt haben wir es, runter, runter runter, runter, runter ah, ok, wir leben noch jetzt, äh, jetzt ist mir ein Licht aufgegangen, wir haben ein bisschen von dieser Seite schieben oder auch nicht doch, wartet mal, da unten ist doch was zum Schieben, ach, jetzt macht ihr da, bremst ihr, ey das ist keine große Hilfe, so ist er jetzt tot? Nee, er lebt noch so, genau, jetzt ist mir ein Licht aufgegangen, wir werden rüberkommen auf geht's tja den Schalter krieg ich alleine nicht auf und den hier auch nicht mit Rolle oh na gut da ist er ja hey komm her ey, kleiner Wichtel ey ich krieg dich, ich krieg dich ich krieg dich da muss noch ein Wichtel hallo, Wichtel jetzt will ich den mal hochwerfen ne, 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 wo, und ah, ne, dann nächstes ach, was ist das so eine kreuzige Musik hier und alle und alle und alle nein, 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 nicht da nicht runter, nicht runter ich hab dich alles hochgeworfen und alle hopp Mist da so und alle hopp und wenn du schon dabei bist achte diese Tür auch mal hoch alle hopp hallo gut, die bleibt doch auf das ist ja schön das ist ja die Flasche so, ja jetzt ist die Frage aha ich sehe, dass du da reingekommen nach oben bist komm mal raus wo bist du denn warte mal ich glaube, da kommen wir alleine hoch oder dich hab ich gleich oh jetzt halten wir mal sie auch ah, komm hey, hier gewesen hab dich so damit hab ich euch alle drei mehr kleine Arbeiterkinder so eins, zwei und jetzt mal drei hier na komm ich glaube jetzt nicht jetzt da ich muss anfassen so alle mal anfassen und schieben genau ich hoffe mal ihr reicht schiebt schiebt wir schaffen's ja jo wir sind oben stopp 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 ich glaube hier gibt's was was gibt's denn hier schönes achso wir müssen die Tür auch irgendwie aufmachen hm ah die kann ich von hier aus aufmachen sehr gut na dann der kleine Wichtel alle da eins, zwei, drei durchzählen und dann schieben wir jetzt weiter kommt schiebt sehr schön mal gucken mal gucken ob ihr drei dann ausreichend seid ja genau ihr müsst genau ihr stellt euch jetzt mal alle da hin mal warten ich lasse euch gleich runter na gut vielleicht ist das schnell noch zu und jetzt seid ihr noch alle da oben eins, zwei, drei sehr schön und dann kommt arbeiten so reichen die jetzt das sieht doch gut aus ich denke mal wir sollen hier mitfahren ich bin ja mal gespannt ah es geht weiter nach oben weiter ja ich glaube das war der zweite DLC oder das war ganz warm ins herz ah schön ganz herz oder so kleiner wicht man ja bist du hin wo ist der hin so hier ah das wäre zu schwer ok ah da hast du dich versteckt hab dich gesehen nein oh hallo ja hallo hallo krifft ihr mir so super das ist aber nett dankeschön sehr freundlich für euch na dann na na jetzt schön schöner wärmer rufen schnudel 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 guck mal wie viele das sind das ist auch noch zwei da kommt noch einer da oben schläft einer in der Schublade das ist auch noch zwei hier wohnen die also im warmen jetzt glaube ich noch ein Stückchen weiter da komm oh ja ach ist das ah sag ich ja noch das ist schon wieder so eine mistige Puppe ja natürlich die Frage was haben wir jetzt hier haben wir da knudeln oh da wartet mal da ist noch ein Schrank ach da oben ist das Loch ah ich hab's gesehen ja dann geht durch na komm ey jetzt wackeln die jetzt schon wieder so ach der Fahrstuhl ach die Frau Madame Herrin das ist aber nett dass wir da mitfahren dürfen ja ich glaube das war jetzt die zweite DLC wir sehen uns in der nächsten Episode zum dritten DLC bis dann ciao ciao oh oh Untertitelung des ZDF, 2020